Warte kurz einmal. Ich erkläre es dir kurz. Schau mal, wie der schön lacht. Das setze ich dir jetzt gleich an den Kopf. Das tut gar nicht weh. Dann hörst du mich noch besser. Dann kann ich gleich besprechen. Dann hörst du mich. Super. Jawohl. Okay, dann zähl ich es einmal hin. Da auch? Hörst du mich da? Baba. Hörst du das? Super. Super. Hörst du mich? Genau. Mach selber noch einmal hin. Ja. Genau. Mach nochmal. Dann hörst du mich auch. Such weiter. Such mal. Genau. Jetzt hörst du mich wieder. Super. Super. Ja. Hörst du mich gut? Baba. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber wie ist das? Ist es gut? Baba. Hörst du mich? Mhm. Mhm. So. Und wie ist das jetzt? Laut? Nein. Nein? Nein. Nein? Ja. Ja. Erst müssen wir die andere Seite. Machst du es nochmal hin? Bitte? Du machst es ja super, hm? Baba. Hast du es wieder dran? Such es. Such, such. Ja. Jetzt ist gut. Ja. Ja, super. Oh, schau mal. Jetzt drücke ich hier mal kurz etwas. Macht es Musik? Sollen wir nochmal Musik machen? Musik? Jetzt macht es keine Musik. Ja? Sollen wir noch einmal? Bisschen leiser. So. Ha? Ha? Hat es Musik gemacht? Ja. Das ist was für ein Papa, Laura. Na? Das ist was für ein Papa. Ja, genau. Aber das, was du hast, das ist für dich. Hä? Nein, ich habe leider keines. Schau mal bei mir. Hm. Ich habe keines. Aber es ist so viel, viel schöner, wenn du eines hast. Hm? Papa, da. Nee, sag mal. Ha? Das hörst du da jetzt, ja? Ja. So. Das kommt da? Na. Und so. So. Nur mit der linken Hand.